Ein Ort, an dem Johann Sebastian Bach vier Jahre seines Lebens gewirkt hat. Das gleiche Beispiele als Bach bei den Cantartisten hatten, zwei 1. Violins, zwei 2. Violins, nur ein violoncello, violone und ein größtes Organ, eine halbe Sécorde. E, F und dann danach nochmal ein 20. Kommt ein bisschen zu stark durch. Das ist natürlich erstmal großartig, auf seine Empore zu stehen. Usually Bach performt diese Musik nicht mit einem Choir im modernen Sinne, sondern mit vier Solo-Singern. Das Feuer wird das Himmel sein. Du strahlst das Hund, der Welt vor. Dann haben wir die Mikrofone relativ nahe vor uns, indem man Informationen vom Tonmeister bekommt, dass es in die Richtung geht, wie wir es haben wollen. Musik Okay, gut. Müsste einer bis mehrere Mal abhören kommen. Man singt zunächst immer für den Raum. Und man singt für die Gegebenheiten, die man in dem Moment erreichen will. Musik Ja, das war sehr gut. Wollen wir dann weiter machen? Ja, man muss einen schönen Sound machen und dann kann man schon in einer gewissen Weise eine gute Klangfusion erreichen. Musik Ja, das war sehr gut. Musik Ja, das war sehr gut. Musik Musik Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!